Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen Nachrichten von Tischis Einblick am Dienstag, 23. Mai. Der Iraker, der in Schleswig einen Politiker der AfD niedergestochen hatte, wurde als Täter festgenommen. Ein Richter erließ Haftbefehl wegen Wiederholungsgefahr. Ein Kreistagsabgeordneter der AfD wurde am vergangenen Donnerstag von mindestens einem Täter irakischer Nationalität durch einen Messerstich verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die AfD spricht von klaren Kriminellen, die auch den minderjährigen Sohn des Opfers mit dem Tode bedroht hätten. Das Opfer ist AfD-Kreistagsabgeordneter. Der Täter ist, wie der Oberstaatsanwalt in Flensburg mitteilte, ein 31-jähriger Iraker. Die AfD schildert die Tat in einer Pressemitteilung als heimtückischen Mordanschlag. Der Oberstaatsanwalt sagte gegenüber Tischis Einblick, er könne bestätigen, dass Bent Lund am Abend des 18. Mai in Schleswig im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem Messer verletzt worden sei. Nach Behandlung im Krankenhaus konnte der Geschädigte entlassen werden. Auf Nachfrage bestätigte der Flensburger Oberstaatsanwalt, dass der Mann in Haft ist. Dies gilt allerdings offenbar nicht für mindestens eine weitere Person, die an der Tat womöglich beteiligt war. Dass gegen den Iraker eröffnete Verfahren wird, wie der Oberstaatsanwalt weitermitteilte, nicht wegen versuchten Mordes geführt, sondern wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Strafrechtlich ein deutlich geringerer Vorwurf. Der Hintergrund der Auseinandersetzung zwischen dem Iraker und Lund sei unklar und gegenwärtig stand der noch dauernden Ermittlungen. In der AfD-Pressemitteilung wird die Gewalttat detailliert beschrieben. Eine aus zwei Männern und einer Frau bestehende Tätergruppe aus dem Umfeld eines Schleswiger Clans mit Migrationshintergrund habe mit einem SUV den motorradfahrenden Lund von der Straße abzudrängen versucht. Als dies nicht gelang, folgten die Täter dem Opfer bis vor dessen Haustür. Unter der Androhung, ihn kalt machen zu wollen, sprühte man dem Opfer Pfefferspray ins Gesicht. In der Folge hielt einer der Männer das Opfer fest, während der andere mehrfach auf Lund einzustechen versuchte. Lund gelang es, vier Stichversuche abzuwehren, wurde aber durch einen fünften schwer getroffen. In Dortmund sollen Polizisten möglichst wenig Migranten kontrollieren. Dies habe das Polizeipräsidium klar gesagt. Die Situation wäre wegen eines toten Senegalesen sowieso schon angespannt. So zitiert Bild Beamte der Polizeiwache in der Dortmunder Nordstadt, einem sogenannten Problemviertel. Nach den tödlichen Schüssen habe ein Afrikaner eine Demonstration gegen Polizeigewalt angemeldet, der mit Haftbefehl gesucht wurde. Der Polizei wurde trotzdem aus dem Präsidium verboten, den Mann bei der Demonstration festzunehmen. Dies ergebe Bilder, die man jetzt nicht gebrauchen könnte, hörten die Polizisten. Der Polizeipräsident wolle nur, dass er gut dastehe. Es wurden sogar sogenannte Begegnungsfeste veranstaltet, bei denen die Polizisten vor der Polizeiwache ein Glücksrad aufstellen und mit polizeibekannten Bürgern Kaffee trinken sollten. Die Polizisten beklagten gegenüber Bild gleichzeitig, dass immer weniger Kollegen dort arbeiteten und Schichten reduziert wurden und teilweise nur noch zwei Streifenwagen für die gesamte Nordstadt unterwegs seien. Die Klimaextremisten der sogenannten letzten Generationen wollen ab dem 13. September mit verstärkten Aktionen einen sogenannten sozialen Wendepunkt herbeiführen. Das steht laut Welt in einem internen Papier, das einen Plan für 2023 skizziert. Dazu gehört auch eine Kampagne gegen Superreiche. Man werde sich nicht davon abbringen lassen, für das Leben und echte Demokratie einzustehen. Komme, was wolle, heißt es dort und weiter. Ab dem 5. Juni wollen die Extremisten eine Kampagne gegen Superreiche starten, die sich gegen die Symbole des modernen Reichtums richten und die nationale Aufmerksamkeit auf die rücksichtslose Verschwendung der Reichen lenken solle. Die Bundesregierung halte den Reichen noch den Rücken frei und wörtlich weiter, das lassen wir ihr nicht durchgehen. Am Montag blockierte die sogenannte letzte Generation nach Polizeiangaben in Berlin Straßen an knapp ein Dutzend verschiedener Stellen im gesamten Stadtgebiet. 50 Prozent der Deutschen fordern, Bundeswirtschaftsminister Habeck solle die Konsequenzen ziehen und als Minister zurücktreten. Laut einer neuen Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes INSA für die Bild-Zeitung wollen nur 28 Prozent, dass Habeck weitermacht. Weiteren 16 Prozent ist es egal, ob er bleibt. Auch im INSA-Politiker-Ranking ist der einstige grüne Hoffnungsträger weit hinten auf Platz 16 gelandet. Die Bundesinnenministerin und SPD-Spitzenkandidatin bei der Hessenwahl, Fäser, wird zum unbeliebtesten Mitglied des Ampelkabinetts. Sie rutschte im INSA-Meinungstrend für Bild von Platz 16 auf Platz 17 und löste dort Wirtschaftsminister Habeck ab. Der kam um einen Punkt nach oben. Die Linken-Chefin Wissler und die beiden AfD-Chefs Alice Weidel und Tino Kruppalla sind im Politiker-Ranking noch unbeliebter als die Innenministerin. Fäser verliert auch bei den eigenen Wählern, wie der Chef des INSA-Institutes Hermann Binkert zu Bild sagt. Minus vier Punkte verliere sie bei den SPD-Anhängern. Bundesverteidigungsminister Pistorius SPD bleibt nach dieser INSA-Umfrage der beliebteste Politiker. Als mögliche Gründe für den Fäser-Abstieg werden genannt, dass sie sich immer mehr dem Wahlkampf in Hessen widmet, während sie eigentlich in Berlin viel zu tun habe. Die Migrationskrise bekomme Fäser nicht in den Griff. Forderungen der Länder nach Grenzkontrollen erteilte sie eine Absage. Fäser steht auch für den Rauswurf des Chefs des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnologie Arne Schönbohm in der Kritik. Den hatte sie im November vergangenen Jahres aufgrund eines Satirebeitrages von Jan Böhmermann im ZDF gefeuert. Doch vor wenigen Tagen kam heraus, Böhmermanns Vorwürfe gegen Schönbohm waren unhaltbar. Nur noch jeder Fünfte bejaht das Kirchensteuersystem und jeder Dritte will aus der Kirche austreten. Auch die Solidarisierung der Kirchen mit den sogenannten Klimaaktivisten stößt auf heftige Ablehnung. Nur noch jedes zweite Mitglied der Kirche empfindet sich als religiös. Dies sind Ergebnisse einer neuen repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes INSA exklusiv für den Radiosender Kontrafunk in Deutschland und in Österreich. Demnach wollen 36% der Kirchenmitglieder in Deutschland und sogar 40% der Kirchenmitglieder in Österreich die Kirche sicher verlassen oder sind auf dem Sprung. Nur jeder sechste Befragte findet es richtig, dass Teile der evangelischen Kirche in Deutschland sich mit den Aktivitäten des Bündnisses der sogenannten letzten Generation solidarisiert haben. Unter den Mitgliedern der evangelischen Landeskirchen ist die Zustimmung zur Solidarität mit der letzten Generation mit 15% sogar noch geringer. Peter Hane, der Hammer in der Umfrage ist ja, dass eigentlich nur noch die Senioren den Kirchen die Treue halten. Die Jugend, kann man sagen, haut in Scharen ab. Die Anbiederung an den linken Zeitgeist der Kirchen funktioniert also nicht. Oder wie sehen Sie das? Na genau das ist der Kern der Umfrage, lieber Holger Douglas. Jeder Dritte will austreten, jedoch nach Alter gestaffelt. Und INSA hat das sehr genau und repräsentativ ermittelt. Also nach Alter gestaffelt heißt das, jedes zweite junge Mitglied will weg von der Kirche. Jedes zweite. Nur meine Generation, die ältere, bleibt noch übrig. Und wenn man jetzt bedenkt, dass dieser ganze Woke-Regenbogen-Links-Trall der Kirchen ja hauptsächlich wegen der jungen Leute gemacht wird, die das ja angeblich wollen, angeblich, dann ist das nun nachgewiesenermaßen ein Schuss in den Ofen. Denn genau die, die man halten will, verprellt man damit. Denn die sagen sich, das kann man auch alles bei den Grünen oder bei der Linkspartei billiger haben. Und deshalb kommt ja noch ein zweites dazu. Es ist nur noch jeder Fünfte, der jetzt noch in der Kirche ist, der die Kirchensteuer für richtig hält. Nur noch jeder Fünfte. Das heißt, man ist also wirtschaftlich faktisch pleite. Und das ist ja die Brisanz dieser Umfrage, dass man Alte hält. Das müsste ja für jeden heißen, man muss jetzt umsteuern, um die Zukunft, also die Jugend zu erhalten. Was wäre denn Ihr Rezept, diese gigantische Austrittswelle zu stoppen? Na genau das, was ja 80% der Befragten wollen. Nämlich die Konzentration auf den Markenkern. Das, was ich schon oft auch in Interviews hier bei Ihnen im Morgenwecker gesagt habe, das sagen jetzt 80% der Befragten. Und das ist nun nachgewiesen in dieser Umfrage. Sie wollen Seelsorge, Mission, Verkündigung, Gottesdienste. Genau das will die überwiegende Mehrheit. Und damit hat ja INSA das Meinungsforschungsinstitut exklusiv für Kontrafunk den Nerv getroffen. Und genau das wird die Kirche nun bedenken müssen, um überhaupt noch die Leute zu halten. Merkwürdig ist ja, dass man von den Kirchen nichts hört dazu. Jedes Wirtschaftsunternehmen würde doch nach einer solchen Hammerumfrage sofort umsteuern. Was sagen denn die Kirchen? Na, höchstens reagieren sie, indem sie wohl im Hintergrund mit aller Macht verhindern, dass diese Umfrage öffentlich wird. Also sie lesen zum Beispiel in kaum einer Nachrichtenagentur irgendetwas von dieser Umfrage. Das ist ja ein Zeichen, dass der Mainstream auch im Journalismus der Kirche nicht wehtun will. Denn unter uns, lieber Holger Douglas, die Kirche, sowohl katholisch als auch evangelisch, ist ja faktisch eine Vorfeldorganisation der Grünen inzwischen geworden. Und deswegen halte ich ein Umdenken auch für nicht möglich bei dem Führungspersonal. Ich denke immer an den Chefredakteur der Welt und der Welt am Sonntag, Ulf Poschert, der ja nach einem Weihnachtsgottesdienst getwittert hat, ich fühlte mich nicht in einem Gottesdienst, sondern wie auf dem Parteitag der Grünen. So geht es ja inzwischen vielen. Also wer heute den Klimakaoten oder Greta oder diesen ganzen irren Corona-Maßnahmen zujubelt, der wird ja morgen kaum Gemeindearbeit im Sinne der Bibel machen wollen. Also solange verhinderte Politiker auf den Kanzeln agieren, rechne ich nicht mit einer Erneuerung. Deshalb hat ja diese Umfrage das ganze Elend offengelegt, nämlich einer Volkskirche, der das Volk davonläuft. Lieber Peter Hane, erklären Sie mir doch noch zum Schluss eines. Die Kirchen müssen sich eigentlich doch keine großen Sorgen machen. Ihr Job ist gesichert. Aus der Steuerkasse kommen ja die Gelder. Den kann es also egal sein, ob die Kirchen voll oder leer sind, oder? Ja, genau das ist der Kern der Sache. Denn die Abschaffung der Kirchensteuer, also der staatliche Einzug der Kirchensteuer, kann ja nur aus dem Bundestag kommen, durch eine Parlamentsmehrheit. Dass man sagt, das Finanzamt kann nicht mehr kassieren, sondern die Kirchen müssen das selbst machen. Und jeder weiß, wenn die Kirchen das selbst machen würden, dann kriegten wir ja jeden Monat sozusagen eine Rechnung geschickt und wir merken plötzlich, oh, das ist viel Geld, dann treten wir lieber aus. Jetzt wird das ja alles ein bisschen vertuscht und vermischt. Also, solange die Politik nicht reagiert, wird es weitergehen mit dem Geld. Und der Witz ist ja der, je höher die Steuern werden, die Allgemeinen, die Einkommenssteuer, desto mehr Geld kommt ja auch in die Kirchen, weil das miteinander gekoppelt ist. Also insofern, solange das Geld sprudelt, wird sich nichts ändern. Peter Hanne, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Die Schauer und Gewitter, die am Sonntagabend und gestern vor allem in der Westhälfte für teilweise kräftige lokale Überschwemmungen gesorgt haben, ziehen langsam nach Osten ab. Dort bleibt es bewölkt mit einzelnen Schauern im Tagesverlauf. In der Folge wird es von Westen her heute trockener und ab dem Nachmittag wird es wieder freundlicher. Die Temperaturen bewegen sich von 17 Grad wie in Köln bis zu 23 Grad wie in Dresden und Berlin. Der Mittwoch wird deutlich kühler und zum Wochenende steigen die Temperaturen wieder langsam an. In der Nordwesthälfte bleibt es heute windig, während der Wind in der Mitte und im Süden kaum weht. Und nun zum Energiewende-Wetterbericht von Tichys Einblick. Gestern Mittag um 12 Uhr benötigte Deutschland nach den Daten der Energy Charts des Fraunhofer-Institutes eine elektrische Leistung von 64,5 Gigawatt. Davon kamen lediglich 8,6 Gigawatt von den Windrädern. Die meisten standen still. 34 Gigawatt lieferten die Photovoltaikanlagen und immerhin 4 Gigawatt jene Gasturbinen, die mit dem kostbaren und teuren Erdgas betrieben werden. 8,2 Gigawatt kamen mittags von den konventionellen Kohlekraftwerken. Die mussten dann abends ihre Leistung auf 11,2 Gigawatt erhöhen. Gleichzeitig frischte der Wind auf. Um 21 Uhr lieferten die Windräder 13,4 Gigawatt an elektrischer Leistung. Deutschland bekam ein wenig Windstrom. Und ohne Kohlekraftwerke wäre es dunkel geworden. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite. www.thisiseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.